Müssen wir bald ohne Joachim Lambi bei Let's Dance auskommen? Das fragen sich viele Fans der beliebten Tanzshow. Doch jetzt gibt es endlich Klarheit. Denn der streitbare Juror hat sich zu den Gerüchten geäußert und verraten, was wirklich Sache ist. Joachim Lambi ist seit der ersten Staffel von Let's Dance dabei und hat sich in die Herzen der Zuschauer getanzt. Seine kritischen Bewertungen und seine unnachgiebige Haltung haben ihn zum Publikumsliebling gemacht. Doch in letzter Zeit wurde immer wieder spekuliert, ob er bei der nächsten Staffel noch dabei sein wird. Doch Joachim selbst hat jetzt klargestellt, dass er sich auf keinen Fall aus der Jury verabschieden wird. In einem Interview mit der Bild-Zeitung betonte er, mir macht das alles ja Spaß und ich würde auch bei viel mehr Geld auf meinem Konto noch weiter hinter diesem Jurypult sitzen wollen. Auch auf die Gerüchte, die im Netz kursierten, reagierte der temperamentvolle Spanier gelassen. Als ein Follower ihn darauf ansprach, verglich er die Spekulationen mit den angeblichen Liebesaffären anderer Promis. Dabei betonte er, Florian Silbereisen hat ja auch ein Verhältnis mit Beatrice Egli, stand als Gerücht in der Zeitung. Für die Fans von Let's Dance bedeutet das also, keine Sorge, Joachim Lambi wird auch in Zukunft für ordentlich Wirbel in der Jury sorgen. Und wer weiß, vielleicht wird er ja noch für die eine oder andere Überraschung gut sein. Denn bei Joachim ist immer mit allem zu rechnen, außer mit Langeweile. Joachim Lambi